Die Ehe ist etwas Wunderbares geschaffen vor Gott. Es basiert sich nicht nur auf einer Tradition oder System, welches Menschen erfunden haben, sondern es geht noch viel weiter. Es beruht darauf, dass wir das Wort wir vor mir stellen. Ich weiß, es werden Zeiten kommen, die schwer sind. Und es sind gerade die, welche wir nur überstehen können, indem wir zusammen mit Gott den Weg gehen. In diesen 28 Jahren habe ich gemerkt, wie Gott seine Hand über mein Leben gehalten hat und mich Stück für Stück zu dem jungen Mann gemacht hat, der heute vor dir steht. Die Suche nach der Liebe meines Lebens, mit der ich die Welt erobern wollte, wurde dadurch unterbrochen, als Gott mir zeigte, dass es nicht darum geht, die perfekte Frau zu finden, sondern der perfekte Mann für sie zu sein. Ab dem Moment ließ ich Gott meine Lebensgeschichte schreiben. Und siehe, da hat er mir die perfekte Frau geschenkt, nämlich dich. Die Suche nach der Liebe Die Suche nach der Liebe Ich liebe dich über alles und du bist echt das Schönste, was es auf diesem Planeten gibt. Innerlich wie auch äußerlich. Du bist meine beste Freundin geworden, die in mir Begeisterung weckt und mein Potenzial in allen Hinsichten hundertfach verstärkt. Dankbar kann ich sagen, dass du die Erhöhung auf all meine Gebete bist und ich kann es kaum erwarten, die Welt mit dir zusammen an meiner Seite zu erobern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Frank Robert, mein liebter Kind, du bist eine extraordinaire Person, ein junger Mann, dem er sehr gut in seiner Leben geht. Ich liebe dich sehr. Du bist auch eine sehr gute Frau für Frank. Ich wünsche euch Gottes Segen und eurem Ehrleben. Ich liebe dich sehr. And through these crazy times, you, it's you, you make me sing, you're everyone, you're everyone, you're everything. Clarice, vor Gott und den Zeugen will ich dir diesen Ring geben, zusammen mit meinen Herzen und vor allem, was ich habe. Ich verspreche dir meine ewige Zuneigung, meine Loyalität, meinen Respekt und meine bedingungslose Liebe ein Leben lang. Ich verspreche dir, dass ich immer für dich da sein werde, um dir zuzuhören, deine Hand zu halten und dass ich immer mein Bestes geben werde, um dich glücklich zu machen, damit du dich geliebt fühlst. Ich verspreche dir, dass ich dich durch jede Krise begleite, mit dir bete, mit dir träume, mit dir aufbaue, dich immer anspornen werde und dich unterstützen werde. Ich verspreche dir, dass ich dein Beschützer sein werde, dein Beistand, dein Berater, dein Freund, dein geistlicher Leiter, deine Familie, einfach dein Alles. Zusammen in all unseren gemeinsamen Abenteuern des Lebens. Mit diesem Ring gebe ich dir mein Herz und alles, was ich habe. Ich, Clarice und du, verspreche dir, Frank Walde, hier vor Gott und diesen Zeugen, dich bedingungslos zu lieben, dich zu würdigen und dir als Oberhaupt unserer Familie immer zu vertrauen. Ich verspreche, dir treu zu bleiben, dich zu respektieren, zu ehren und deine Einzigartigkeit wertzuschätzen, dich zu unterstützen, zu trösten und dich zu stärken in den glücklichen und sorgenvollen Zeiten. Ich freue mich darauf, Hoffnungen, Gedanken und Träume mit dir zu teilen und unser gemeinsames Leben nach dem Willen Gottes zu gestalten. Ich will mit dir wachsen und gemeinsam ein Zuhause zu schaffen, welches sich auf Barmherzigkeit, Respekt und Liebe basiert. So la, 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 la So la, 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 la And in this crazy life And through these crazy times It's you, it's you You make me sing Your every line You're every word, you're everything You're every song, and I sing along Cause you're my everything Oh yeah, yeah So la 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 la, la 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 So la 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 la, la 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 Untertitelung des ZDF, 2020